Motor TV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Markus Karlinger aus Lengenfeld ist ein Motorsportler, der mit seinem Mini zu einem der schnelleren Piloten zählt und sich im Histo Cup dieses Wochenende mit der schnellsten Runde in seinem Mini Cooper mit einer Fabelzeit von 1,29 grünte und somit die schnellst je gefahrene Runde am Salzburgring für einen Mini. Aber das ist nicht alles. Seine Leidenschaft, atemberaubende Events und sehr humorvolle, kulinarische, gewählte Ausflüge für die Fans von Minis, Apparts oder Mustangs zu organisieren und sie umzusetzen. Dafür hat Markus Karlinger ein Gespür für das etwas andere und somit gab es schon die Mini Mountain Days 2023 und dieses Wochenende die Appart Experience Tour, die auch wieder ein volles Starterfeld vorfindet. Mit einem Bericht der Mini Freunde gab es in den Dolomiten ein spannendes und einzigartiges Wochenende. Anschließend der Filmbericht über die Mini Mountain Days 2023. – Das war's. 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 Das war's.